Ein Radreise-Highlight aus Rad Nummer 1 Deutschland war auf jeden Fall die Abonnenten-Bier-Tour, als ich letzten Sommer nach knapp einem Jahr auf Radreise zurückgekommen bin. Via Instagram habe ich einen Aufruf gestartet, wen von euch ich dann alles besuchen soll und es haben sich über 100 Leute gemeldet. Einfach nur geisteskrank. Leider konnte ich nicht jeden von euch treffen, aber es war dennoch sehr, sehr schön, ein paar von euch zumindest kennenlernen zu können und endlich mal zu erfahren, wer denn so alles hinter diesen Kommentaren steckt. Es war auf jeden Fall mit jedem von euch ein absolutes Fest. Kuss geht raus! Was war euer Highlight in Deutschland?